Herzlich willkommen bei Grundeck Business Systems im Bereich der Auftragsfertigung. Mein Name ist Philipp Vogler. Ich bin bei Grundeck Business Systems für die Unternehmensentwicklung zuständig. Im Bereich der Auftragsfertigung möchten wir für unsere Kunden nicht nur die verlängerte Werkbank sein, sondern ein professioneller Partner, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Aber gerade im Bereich der Auftragsfertigung kommt es häufig zu einem Spannungsverhältnis zwischen dem Kunden auf der einen Seite und uns als EMS-Dienstleister auf der anderen Seite. Denn der Kunde wünscht sich höchste Flexibilität, maximale Qualität, Prozesssicherheit und Termintreue. Wir auf der anderen Seite möchten ein Projekt möglichst prozesssicher und mit standardisierten Methoden bearbeiten. Daher haben wir bei Grundeck Business Systems eine eigene Methode entwickelt, die im Wesentlichen fünf Punkte umfasst, die ich Ihnen gern jetzt kurz vorstellen möchte, mit der wir sicherstellen wollen, dass ein Projekt optimal abgewickelt wird. Grundvoraussetzung und erster Punkt ist ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Hier decken wir von der Entwicklung über Materialgeschaffung, die Fertigung von Kleinstserien bis hin zu Großserien, verschiedenste Test- und Prüffelder über verschiedenste Montagemethoden bis hin zur unterschiedlichsten Logistiklösung die gesamte Wertschöpfungskette ab. Als zweiten Punkt folgt dann die strukturierte Anfragenbearbeitung. Hier steht im zentralen Fokus der Projektmanager, bei dem alle Fäden sowohl intern als auch extern zusammenlaufen. Zu Beginn einer jeden Anfrage gibt es immer einen Machbarkeits-Kick-off. Hier kommen die verschiedenen Fachabteilungen zusammen, um ein Projekt hinsichtlich der technologischen Machbarkeit, Ressourcenverfügbarkeit und natürlich auch, was die Kapazität angeht, zu prüfen. Ist ein Projekt machbar, weiß jede Fachabteilung genau, welche Informationen sie bis wann zu liefern hat. Liegen alle Informationen vor, unterbreiten wir dem Kunden ein transparentes Angebot, in dem wir die Herstellkosten, die Materialkosten, die Initialkosten und mögliche Sonderkosten, die ein Projekt beinhalten kann, ausweisen. Kommt es zu einer Auftragserteilung, gibt es immer noch einen Fertigungs-Kick-off, in dem dann die Produktionsplanung und die Materialverfügbarkeit im Hinblick auf die Liefertermine und Losgrößenwünsche des Kunden abgestimmt werden. Als dritten und sehr, sehr wichtigen Punkt haben wir dann noch die Kommunikation, sowohl die interne als auch die externe Kommunikation. Denn wir haben festgestellt, je intensiver man miteinander spricht und kommuniziert, desto schneller merkt man, wo liegen mögliche Probleme, wo kann der Schuh drücken. Und je früher man das in einem Prozess oder Projekt merkt, desto geringeren Aufwand verursacht das hier. Daher kommen von Anfang an auch immer alle Fachbereiche zusammen, um möglichst schnell diese Probleme zu identifizieren und dann nach Möglichkeit mit einem Lösungsvorschlag schon dem Kunden mitzuteilen. Der Kunde fühlt sich dadurch natürlich auch wesentlich besser aufgehoben und betreut durch uns als EMS-Dienstleister und fühlt sich mit seinem Projekt eigentlich in sicheren Händen. Als vierten Punkt haben wir dann das individuelle Know-how. Denn jeder Prozess ist immer nur so gut, wie derjenige ihn ausführt. Wir haben viele Mitarbeiter, die seit langen Jahren im Unternehmen sind und über umfangreiches Wissen verfügen. Dieses Wissen versuchen wir mit verschiedenen Werkzeugen natürlich auch langfristig im Unternehmen zu binden und zu erhalten, sogenannte Wissensspeicherung. Darüber hinaus haben wir umfangreiche Programme zur Mitarbeiterweiterentwicklung. Hier können auch die Mitarbeiter eigene Wünsche äußern und so sind wir in der Lage, die Mitarbeiter auch bereichsübergreifend zu qualifizieren und einzusetzen und sie damit auch langfristig ans Unternehmen zu binden. Als fünften Punkt haben wir noch die, wir nennen es Kundenorientierung beziehungsweise die Erfüllung von Sonderwünschen. Dies beinhaltet beispielsweise Wünsche bezüglich der Anlieferung der Ware oder der Verpackung der Ware. Es kann aber auch mal zu kurzfristigen Produktionsplanungsänderungen kommen aufgrund von Verschiebungen beim Kunden. Dies alles versuchen wir zu berücksichtigen. Wir bei Grundlich Business Systems haben festgestellt, dass unter anderem durch die Berücksichtigung und der Fokus auf diesen fünf Punkten wir in der Lage gewesen sind oder auch sind, weiterhin sind, mit unseren Kunden langfristige Beziehungen aufzubauen und über viele Jahre zusammenzuarbeiten. Viele Kunden kamen mit einer ersten kleinen Anfrage zu uns und wir sind gemeinsam über die Jahre gewachsen. Hier decken wir auch den gesamten Fertigungsbereich ab von Automotive-Industrie, Industrieelektronik, Consumer-Elektronik, Bahntechnik, Kraftwerkstechnik, eben alle möglichen Bereiche, in denen elektronische Baugruppen gefertigt werden können, sind wir der ideale und optimale Ansprechpartner. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins, Sie ganz herzlich hier nach Bayreuth einzuladen und sich einmal persönlich ein Bild von unseren Arbeitsmethoden und unseren Produktionsverfahren zu machen. Alternativ können Sie uns auch unter ems.grundig-gbs.com im Internet besuchen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.